Was hier los? Dalu ist es glaube ich. Ich werde es werden. Ich töte ihn vorsätzlich jetzt schon. Ja. Das ist MJ. Da brennt es, da will ich nicht hin. Ich bin Detective. Ja und MJ ist bei mir. Ich glaube Dalu ist es trotzdem. Da, ich bin bei Craps. Trait ein Traitor, gange schon auf. MJ ist bei mir und lässt mich hier nicht raus. Es könnte Grants, Grants oder, wer war bei uns Grants? Ich bin beim Fahrstuhl. Ja, wer war der andere, der mit uns da stand? Ich weiß es nicht, was du dich gesichert hast. Das war ich. Grants oder DJ ist Traitor. Ja, DJ ist hier bei mir. Aber er ist es nicht. Es ist Grants oder DJ. Ich hätte jetzt noch eine Sekunde länger und ich hätte gerade geschossen. Echt? Grants ist im Aufzug. Wenn er nicht wieder aus dem Auszug rauskommt, ist er durch einen Traitorgang weggegangen. Hier ist DJ. Das geht glaube ich gar nicht. Hier ist, hö? Ach, hier ist Grants. Ach, Dalu ist wieder der Dingens-Typ mit dem Enterhaken. Okay. Ich habe einen der Verdächtigen, ich habe einen der Verdächtigen habe ich am Haken. Und der andere ist Grants. Hier ist Craps. Ich bin doch hier auch bei dir. Ja, aber ich kann nur einen Haken schießen. MJ hat mir Granate geworfen. Es wurde hier schon eine Heilige geworfen heute. Leute, ihr seht genau wo er ist. Ja, super. Zeigt dem Filter wo ich bin. Ja und Grants geht runter. Mystery. Ich werde jetzt noch ein bisschen mitgezogen, aber alles gut. Sonst springe ich jetzt aus dem Flugzeug. Jetzt töten Grants mit dem Koffer wieder. Ja, genau. Jetzt einfach aus dem Flugzeug springen. Ich habe jetzt den anderen Verdächtigen. Grants, wenn dein Seil weggehen sollte, war es DJ. Wie schnell der hinterher fliegt eigentlich. Und jetzt geht Dalu hin, lässt es los und sagt DJ hat Grants getötet. Wenn das Seil weg ist, ist es DJ. Die stehen nicht mal in der Nähe von Grants. Ja, ich sag's ja nur. Wenn MJ jetzt hingeht und ihn tötet und ich neben dir stehe, dann war es trotzdem nicht. Herr Scheiße, wie tief fährt denn der runter? Ja. Ich häng ganz weit am Haken, ey. Ich flieg durchs Flugzeug. BTF. Geil. Einmal ist auch weg. Hallo Grants. Es ist viel geiler als ein Radar, ey. Grants? Wie kommen wir denn hier weg? Wenn ich dich töte. Die Tür geht nicht auf. Ja, ja, ja. Dann weiß ich, wo sie sind. Hier klebt haufenweise Blut im Fahrstuhl. Ja, ich hab meine Regel. Hey, sie kommen zu uns. Ja toll, jetzt sind gleich alle hier. Jetzt kriecht er hier im Traitor gerade über uns rum. Aha. Nicht auffällig, DJ. Ach, jetzt hat unten jemand wieder gedrückt, als sie... Oh, jetzt hat der oben nicht die Tür aufgemacht. Ach, hier ist auch noch ein Weg. DJ. Was denn? Du bist im Traitorgang. Ah, hier ist da, Luz. Wie willst du das sehen? Kommt man hier nicht hoch? Wenn ich tot bin, das ist Grants. Hä, wie bist du da hoch? Achso, weil du den Dingens hast. Was, Grants? Wie bist du dahin? Wie kommen wir denn hier weg? Wie bist du dahin? Ah, da. Und der Wieso? Wo hast du gesehen, dass ich im Traitor gang bin? Hier sind alle. Ja. Fühlst dich ertappt. Vorsicht, wir können hier nicht weg, DJ. Wenn du mir irgendeine Scheiße behauptest und sagst, du hättest es gesehen. Ja, jetzt ist ein Grants da. Wo seid ihr denn? Jetzt ist der Aufzug wieder weg. Wir sind hier unten und kommen hier nicht raus. Wo ist Dalu? Dalu ist hier über mir irgendwo. Ja, ich seh die auch nicht mehr. Ich seh niemanden mehr. Wo ist MJ? Ja, das ist Grants. Ja, dann töte ihn. Wo ist denn MJ hin jetzt? Hört euch. DJ oder Grants ist es? Ich bin hier runter in so ne Ding. Halt, warte. Wenn Dalu den Befehl gibt... DJ, DJ, er ist hier reingegangen. Da ist MJ rein. Ja, und das ist der Traitor gang. Der war offen. Es ist DJ oder Grants, Leute. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt eher MJ. Nee, nein, nein. Oh, scheiße. Wieso ist man denn hier so langsam? Also, ich bin wieder oben. Wo ist Krabs? Kommen wir nicht raus? Ich wende hier durchs Flugzeug und suche euch. Wir sind unten. Ganz unten. Kommt jetzt gleich raus. In der Speisekammer. Hey, Speisekammer. Da bin ich. Hey! Da ist Grants. Okay. Vorsicht. Langsam was machen. Wenn du Bombe gerichtet willst? Nee, nee. Ich hab ihn hier am seidenen Faden. Lass das. Lass das. Ich kann nix machen. Sobald der Faden weg ist, ist es DJ. Und ansonsten wisst ihr alle, wo Grants ist. Ich glaube, es ist Grants. Er jallert gleich. Er will jallern. So wie er da steht. Er hat doch nicht mehr viel Zeit. Er ist es! Er ist es, Leute! Komm schon! So, jetzt hab ich wieder ein bisschen Zeit. Ey, ist doch nicht normal. Eieiei. Hast du jetzt echt alle getötet? Ja. Super! Ich musste doch eskalieren. Was habt ihr getan? Gar nichts haben die getan. Haben sich eiskalt abschlachten lassen. MJ, warum schießt du jetzt auf mich? Du hast zuerst auf mich geschossen. Da ist er. Mach's gut. Hey. DJ, warum sagst du nicht, dass du lebst? Wie gut, ey. Es konnten nur DJ oder Grants sein. Von Anfang an war der Fall so gut wie gelöst. Wieso dachtest du das? Was auch? Weil wir waren ja da hinten im Flugzeug, wo du die Blume aufgehoben hast. Ja. Und die anderen beiden waren noch ganz, ganz vorne im Flugzeug. Und diese Traitor-Luke war schon offen. Ja, ja. Die hab ich aufgemacht, weil ich wollte, dass du denkst, irgendjemand anderes warst. Ja, aber ging ja keiner. Auf die Distanz kannst du es auch, diese Luke kannst du von hier nicht öffnen. Ich dachte, du hast schon vergessen, dass ich auch da war. Nee. Einer von euch beiden musste es sein. Das war von Anfang an. Aber die Eskalation war gar nicht mal so schlecht, ey. Noch alle erwischt. Ja, DJ und MJ hatten beide grüne HP und haben sich dann auf Rot geschossen. Ja, ja. Die haben mir gut geholfen. DJ hat ja nichts mehr gesagt. Ich dachte, alle wären tot. Und ich werde mit Rance allein. Oh, wenn ich jetzt sterb, dann bin ich tot. Genau. Da ist auch, ich buchstabieren. T-N-E-C-O-N-N-I. Bin hier bei DJ. Geht ja allein im Raum. Ah, ich werde hier angegriffen. Rance hat mich mit der Crowbar geschlagen. Er lügt. Du hast grad von der Crowbar weggewechselt. Du bist weggelaufen. Crab, hallo. Zielt auf mich. Ich tippe runter wollte. Oh, oh. Wenn er mich jetzt schlägt, töte ich ihn. Ah, okay. Er ist es. Wer, MJ? Ja. Du hast mich auch einmal geschlagen. Gleiches Recht für A. Ihr Kacken. Halt, da ist das Ding. Nein, Daniel steht doch da neben uns. Hallo, Crab. Wieso seh ich den nicht? Na, was geht? Ah. Wer hat da geschossen? Das war hier unten in der Harry Potter Kammer. Also warst du's. Hilfe, DJ. Oh, du bist der. Oben war ne Brand. Wer war das? Ich war in der Harry Potter. Ah, komm mal. Brenn. Oh nein. MJ mit der Schotker neben mir. Hallo. Ihr steht doch alle da drüben. Nur Crab's nicht. Ne. Richtig. Richtig, weil ich da nicht ins Feuer laufen will. MJ kommt hier zu mir. Wenn ich jetzt sterbe, ist es MJ. Ich glaube es ist Crab's. Ich nehme den Blumentopf. Und. Warte, 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 warte. Wenn du mich mit dem Blumentopf zwölfst. Dann bist du tot. Neben noch alle? Irgendjemand hat da unten gerade die Tür geschlossen. Crab's ist es. Nö. Du hast gerade als Crab's geschossen. Ah, hier ist die Tür zu. Da unten ist die Tür zu gegangen. Weil er, weil er, ich hab das gesagt ey. Wenn er mich mit dem Blumentopf trifft, dann schieße ich. Hat er gesagt. Einfach einmal auf ihm. Ganz einfach. DJ? Ja? MJ? Lass uns zusammen Grants suchen gehen. MJ, wo bist du? MJ, äh Krabs? Ach du... Scheiße. Dann ist MJ tot, oder? Scheiße. Ja, aber, äh, hallo? Ich bin nur noch ein Schuss. Nee. Wo ist, äh... Wer ist unten einer gestorben? Dix ist gestorben, als er mich geschossen hat. Ja, hier leg doch ne Leiche. Dann bist du der Letzte, weil ich hab Grants getötet. Boah. Ach du hast mich getötet. Ich dachte, Krabs hat mich getötet. Nein, ich dachte Krabs und so ist auch schon tot. Ich dachte, unten haben sich alle erschossen. Nee. Okay, dann falle ich jetzt Krants ab. Und dann war man noch nicht zu Ende. Und dann musste ich jetzt noch gucken, wer ist denn noch da. DJ war doch aber auch noch da. Nee. Aber ich bin Detective. Ja, ihr war Detective. Ja. Da unten könnt's trotzdem gewesen sein. Ja. Ja. Grand Swat hat mal wieder random gequält. Ich dachte, unten sind alle tot, so. Ich glaub aber, diese Map ist für 5 ein bisschen, hm. Ah. Schwer. Da braucht man, glaub ich, schon zwei Traitor eher. Ja. Also die Minecraft-Map finde ich wesentlich cooler mit 5. Das verteilt sich alles ein bisschen mehr. Ja. Eno. Oh, jetzt sind hier keine von den Waffen mehr. Irgendjemand verfolgt mich. Ich hab nicht gesehen, wer. Hallo DJ. Na, was geht? Nicht viel. Dalu schlägt hier alle tot. Ja, Dalu will auch mal so einen guten Kill machen. Da hinten wurde geschossen. Er hat mich getrossen. Das war ich. Dalu hat mich angeschossen, grad mit der Shotgun. DJ, DJ, guck ich hab nicht mehr viel Leben. Nur noch 20 HP. Nee, 77. MJ ist im Traitor-Menü. Ich hab grad ne Smoke gewechselt. Dann wieder zurückgewechselt. Ne Smoke aus dem Traitor-Menü. Die hat nen dunkleren Rauch. Klar. Ich glaub, er war wirklich im Traitor-Menü. Ich war nicht. Ich hab die Waffe gewechselt. Au. Hätten wir auch sehen können. Disco. MJ ist hinter mir her. Ich steh hier einfach nur. Ich hab mich grad nicht mal bewegt. Wer ist das? Rance. Gelegt hier nach mir. Ich glaub, Krabs will auf mich zielen. Krabs ist das. Ich kann auch auf dich zielen. Ist auch kein Ding. Feine. Allein mit Krabs. Wer ist das? DJ. Ah, DJ ist Detective. Okay. Ich hab ein Kuscheltier. Wer hat er geschossen? Wer hat er geschossen? Da kommt er. Nee, nee. Er hat die Jaller-Bombe. Er hat die Jaller-Bombe. MJ versucht mich mit nem Trickshot zu töten. Wer hat mich da versucht zu erschießen? Wer ist das da hinten? Ja, die Kugel sollte durchs Glas auf meinen Kopf gehen. Ich fühl mich bedrängt. Ich mach die Jaller-Bombe. Vorsicht. MJ versucht mich, Trickshot zu töten. Zünde sie und ich schieße in den Kopf. Was passiert, wenn alle gleichzeitig sterben durch die Jaller-Bombe? Dann hat der Traitor gewonnen. Dann hat der Traitor gewonnen. Ah. Ich werd verfolgt von irgendjemandem. Ich weiß aber nicht genau von wem. DJ oder? Machst du da? Ich geh hier. DJ? Halt! Allein mit Dalu! Ah! Nein, ich bin allein mit Dalu hier drin! Ja, du hast den Shotgun! Wenn ich gleich schnell bin, ist es great! Da oben geht's! Ah! Da oben! Da oben! Wer war's denn? MJ. Ah, okay. Ich dachte, jetzt bin ich tot, ey. Schleicht er sich da noch mit rein, ey. Du hast sich noch weggeschlichen, ey. Ja, weil ich mal ein bisschen Action machen wollte. Oh, shit! Ich hab die Shotgun weggeschmissen. Das war nicht so gut. Ah, noch zwei Wünsche. Banti, banti! Dieske, dieske! Ah, geil! Ich wurde über Dalu rüber geschleudert. Kontakt! Dalu schießt auf mich! Ah! Ah! Dalu, bei, wieso steht Crude bei dir unten? Wieso bist du so brutal? Das wird alles, was läuft. 885! Crabz? Crabz ist ein Traitor-Menü. Ne, ich hab mich nicht, war im Tappen-Menü. Ist das auch ne Melone? Ja, hallo! Ja. Du klemmt mich in der Ecke fest. Ich bin aber Inno. Ich beschütz dich. Das ist das menschliche Schild. Nein, ich beschütz dich. Ich beschütz dich sonst. Ich beschütz dich doch im Endeffekt. Dann geh da raus! Ich bin Inno. Du kommst da nicht raus. Häng dich! Der schießt dich. Alter! Gleich erschießt Cramp und Cramps erschießt. Ach! Machst du das? Ja. Da wird geschossen. Er hat mich zuerst angegriffen. Auf den Detective wird geschossen. Ja, ist mir doch egal, was du bist. Ja, du darfst mich schießen. Detective? Er hat mich aber zuerst angegriffen. Ja, weil du mich festgeklemmt hast. Mit ner Crow-Ball. Crow-Ball ist ja wohl kein angegriffen. Doch! Soll ich den mal mit der Crow-Ball auf den Hinterkopf schlagen, ey? Im Spiel? Danu ist es. Wenn ich's wäre, hätte ich dich erschossen und nicht angeschossen. Dann wär's aber sofort offensichtlich gewesen, dass das gewesen ist. Dann hätte ich die anderen auch erschossen. Ja, natürlich. Cramps hat jetzt schon drei Kugeln im Kopf. Am Arsch. Willst du es testen? Ihr müsst doch mal überlegen, wo ist DJ? Der ist schon tot wahrscheinlich. Willst du es sehen, Cramps? Also warst du es, Cramps. Also ist Dalu doch. Eigentlich geschossen. Geschossen. Hallo. HALT! DJ! Nein, 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 nein! Ich bin's nicht, aber ich bin rausgefallen. Die Tür ist gerade aufgegangen. Ich hab dich gesehen, ich stand hinter dir, als du aufgemacht hast. Wie, hä, wie willst du es denn sehen, dass ich aufgemacht habe? Du bist ja, als du dahin geguckt hast. Du standest direkt daneben und hast in die Richtung geguckt. Ja, weil die Leute, weil die da standen. Ich hab die angeguckt und dann ist die Tür aufgegangen. Ach, ihr wart da bei uns? Gar nicht gemerkt. Machen wir uns noch einen. Ich hab nur DJ neben mir gesehen. Warum hast du die Chance, warum hast du die Chance nicht genutzt, mich zu erschießen, Cramps? Ja, aber nachdem der Detective mich angegriffen hat und mich sowieso schon töten wollte. Ja, die sind so nervös, die schießen dann direkt zurück. Ich hab Zuckungen. Hier ist alles explodiert. Nimm mich durch, hier klebt schon Blut. Deno. Deno can. Oh, ich brenne. Ich bin fast tot. Kannst du ein Medikit kaufen? Ich bin auch fast tot. Kannst du Medikit kaufen oder diesmal eine Heel Station, Grants? Nein. Was hast du dir geholt wieder? Ne Koffer. Denn du hast noch nichts gekauft, oder? Dann kauf mal bitte eine Heel Station, weil jetzt sind voll viele von uns fast tot. Noch 100. Wo ist Cramps? Da ist Dalu, hier ist Craps. Heel Station ist im Fahrstuhl. Toll. Im Ernst? Ja. Das ist im Fahrstuhl. Halt, da hat jemand... Hinter dir hat jemand das Ding zugemacht. Dalu. Nein, nee. Wir haben jetzt durch den Gang. Wo ist der Fahrstuhl? Und wo ist die Heel Station? Hier im Fahrstuhl. Hinter dir. Der, der hinter dir war... Wo bist du denn, Grants? Wo bist du denn, Grants? Im Fahrstuhl. Der Dalu oder Cramps hat die Tür zugemacht. Ich bin Detective. Ja, Moment. Wer fehlt denn bei uns? Einer fehlt von uns. Ich fehlt. Hinter dir wurde die Tür zugemacht, Dalu. Ja, ich bin ja auch eingesperrt mit den Leuten hier. Ja, aber du bist gerade durch, da gingen sie zu. Ja, das mach ich ja auch, damit ich auch gut im Vorteil bin. Nein, ich sag ja du. Deswegen sag ich ja, du bist das nicht, Dalu. Habe ich ja gerne. Habe ich ja gute Schock. Wo ist jetzt die Kalkiel Station, ey? Ihr müsst alle in den Fahrstuhl gehen. Geh weg, geh weg, MJ. Das ist ein Test. Weil jetzt kannst du ja sehen, wer hier die Tür aufmacht oder nicht. Du hast... Du hast es grad aktiviert. Ja, aktiviert ist aber nicht auf. Dann lass es zu. Oh Gott. Wenn ich das jetzt wäre, hätte ich schon lange aufgemacht. Es ist auf. Es ist auf. Echt? Ja, es ist auf. Wer hat's aufgemacht? Einer von euch. Ja, ne, ich nicht. Vielleicht auch du. Wie viel Leben noch? Ich bin Detective. Achso, okay. Wie viel Leben noch, Herr Detective? Weiß ich nicht. Hier oben wurden sämtliche Türen geschlossen. Ist noch irgendjemand bei dir? Nein. Bei mir nämlich auch nicht. Ich habe mich in Sicherheit gebracht. Bist du der letzte Überlebende oder was? Nein. Das wird ziemlich blöd. Weil wenn ich Trader wäre und hier wäre. Aber Danu lebt noch, weil Danu ist es ja. Und jetzt weiß Danu, wo ich bin. Aber du hast keine Shotgun oder Grants? Doch, aber... Scheiße. Ich wollte die ganze Zeit aus dem Lift rauskommen. Ich habe sogar den Grapplinghook gekauft. Ja, hab ich gesehen. Aber so geil. Der Lift geht auf. Einer heilt sich. Den er sich hielt mit dem Hedgehaut erschossen. Die Tür aufgemacht und reisen den Lift. So muss das sein. Ja, das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.